Was geht ab Leute, mein Name ist Detox Vengeance und ihr seid auf dem Kanal von Blubbi aka HiBlubBlub. Let's go! Wie kamst du auf deinen Namen und was hältst du von den ganzen Mainstream-Rappern heutzutage und wie spricht man deinen Namen eigentlich aus? Ich hab vor 8 Jahren ziemlich viel gezockt, ziemlich viel GTA auf der Xbox 360, mein Username war Detox. Warum auch immer, ich bin einfach drauf gekommen und hab ihn dann auch behalten. Dann hatten wir eines Tages mal mit einer englischen Gruppe, also ein paar Leuten aus England, einen kleinen Krieg in GTA. Und am Ende des Tages hab ich dann geschrieben, dass wir uns rächen werden. Im Guten, also wir haben uns gut verstanden. Die Sache ist, ich wusste nicht, was Rache heißt auf Englisch, hab also gegoogelt und dabei rauskam Vengeance. Ja, dann hab ich dieser Person also geschrieben, dass wir uns rächen werden auf Englisch. Und dann kam von ihm nur zurück, ah, Detox, Vengeance. Und irgendwann hab ich mir dann gedacht, komm, dann nehm ich das nochmal als Name, weil es gibt ja schon ne Detox. Ne? Hardstyle, Tusse, Holland. Und ja, deswegen ist jetzt das Vengeance da. Wie lange rappst du schon? Ich rapp jetzt seit 2 Jahren regulär auf YouTube und ein Jahr auf Spotify. Aber ich hab vor 8 Jahren schon mal paar Monate was versucht, was aber komplett scheiße klingt, weswegen ich es im Endeffekt einfach gelassen habe. Weil ich mich nicht zum kompletten Vollidiot machen wollte. Aber regulär seit 2 Jahren. Würdest du an der JMC 2 teilnehmen? Tatsächlich nicht mehr. Mein Plan war es, bei der JMC mitzumachen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Aber ich möchte nicht mehr in diese JBB, JMC, VBT Schiene gedrückt werden. Ich bin eigenständiger Künstler. Und ich möchte nicht, dass man in, sagen wir mal, 10 Jahren sagt, ach, das ist doch der Typ aus der JMC. Weil, weiß ich nicht, darauf möchte ich meinen Ruf nicht aufbauen. Oder ich möchte nicht, dass es darauf basiert. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht teilnehmen. Trotzdem wünsche ich allen Teilnehmern auf jeden Fall viel Spaß, wenn sie jetzt kommen wird. Ob sie kommen wird, weiß ich halt nicht, aber ja. Was ist deine Meinung zu dem lieben Cesar? Der liebe Cesar. Bescheuert, durchgeknallt. Einfach nur eine besondere Person, sagen wir es so. Nagfresse. Im Großen und Ganzen, ich mag ihn. Grüße gehen raus an Cesar. Was hältst du persönlich von Entertainments Technik? Meine Meinung zu Entertainments Technik. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre Entertainment an sich privat sehr wenig. Ich habe ihn in JBB ein bisschen verfolgt, natürlich, weil er im Finale war. Und seine Runden allgemein, die Videos sind cool. Aber die Technik ist nicht meins. Also an sich ist sie stabil. Kann man nichts gegen sagen. Aber es ist einfach nichts. Nicht meins. Ich mag es nicht. Ja. Aber der neue Song war cool, der deepere, wenn er noch neu ist. Props gehen dafür raus. Schreibst du lieber Disstexte, die in die Fresse gehen, oder Texte, wo der Hauptfokus auf der Message liegt? An sich habe ich bisher nur einen richtigen Disstrack geschrieben und das war dann halt mit Hybrid. Ich würde jetzt Ja-Le-Le-Le-Le nicht als Disstrack nehmen, sondern als Themensong. Und ich mache auch sonst nicht so gerne Disstracks, sondern mehr Themetracks, musikalisches, melodisches. Wenn ich einen Disstrack mache, hat es schon einen guten Grund, aber ansonsten ist es nicht so meins. Wie gehst du vor, wenn du deine Texte schreibst? Wenn ich Texte schreibe, baue ich mir erst meinen Beat. Auf diesen Beat überlege ich mir dann, was für einen Flow oder welche Variationen ich nutzen kann. Und dann überlege ich mir erst das Thema. Wenn ich dann die Variationen schon habe, kann ich also ziemlich gut das Thema und den Text anpassen, weil ich genau weiß, hier möchte ich schneller rappen, hier möchte ich langsamer rappen, hier möchte ich singen. Ja, so gehe ich vor. Was sind deine drei Tipps, um so musikalisch zu klingen wie du? Meine Tipps wären aber nur zwei Stück, wobei einer negativ ist. Tipp Nummer eins, immer trainieren. Seine Stimme kann man aufbauen. Ich wollte vor ein paar Jahren spaßeshalber mal zu DSDS. Jeder hat mir gesagt, komm mal klar, du bist geistig behindert, du wirst im DSDS sowas von ausgelacht werden. Und das war auch Fakt zu dem Zeitpunkt. Nur ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, dass ich meine Stimme trainiere, dass ich lerne zu singen. Und das habe ich getan und jetzt ist das dabei rausgekommen, was jetzt ist. Nummer zwei, wie gesagt, nicht empfehlenswert. Whisky und Zigaretten, aber das macht euren Körper ziemlich kaputt. Grüße gehen raus an Jack Daniels und John Player. Wie kam es zu dem vernarbten Löwen als Zeichen? Der vernarbte Löwe kam daher. Also erstmal der Löwe allgemein, weil man ein Sternzeichen Löwe ist. Ein Löwe ist ein majestätisches Tier mit einer druckvollen Stimme, Stimme und Blond. Ich bin Blond. Und die Narben kamen daher in Bezug auf meine Vergangenheit, weil ich einiges erlebt habe, was nicht so blendend war. Und ja, um das so ein bisschen zu repräsentieren. Und heute soll die Stärke, also geistige Stärke einfach zeigen. Und soll brutal aussehen. Abschreckend. Was war das erste Album, das du je gehört und gekauft hast? Das erste Album, das ich mir gekauft habe, war tatsächlich in Berlin von der Skylands im Bordstein zurück von Bushido. Da war ich 12, 13 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wann es rauskam. Und ich dachte mir, wenn du schon in Berlin bist, ich war in einem CD-Laden, bringst du dir mal was aus Berlin mit? Von einem Künstler aus Berlin. Bushido kannte ich daher nur durch, oder zu dem Zeitpunkt nur durch Zeitungen und mehr gab es da eigentlich nicht. Ja, habe ich mir mitgenommen und dann fing meine Rap-Szene an. Was ich von Kollegah halte? Damals fand ich ihn echt gut. Ich habe mir Alpha-Gene gekauft, als es frisch rauskam, wo er noch nicht so bekannt war. Ich fand seine Technik, seine Stimme, seine Flows und seine Stimme, ach, seine Texte echt gut. Aber mittlerweile ist es leider einfach so, alles ist das Gleiche. Es kommt nichts Neues mehr. Seine Hooks klingen bei jedem Song gleich. Es sind ein paar Wörter dahingestottert, wie bei jedem anderen Deutsch-Rapper. Und ja, leider. Hätte ich mir anders erhofft, aber ich denke mal, in ein, zwei Jahren wird es auch mit ihm vorbei sein. Leider. Schade. War ein cooler Künstler. Also ich höre ihn nicht mehr, nein. Finde einen Reim auf Detox Vengeance. Finde einen Reim auf Detox Vengeance. Du hängst ab auf Beatbox, Jams Kid, ich mach Hits mit Detox Vengeance. Grüße gehen raus an MyZap. Was ist deine persönliche Lieblings-Punchline von dir und von einem anderen Rapper? Meine Lieblings-Punchline von mir ist aus meiner VBT-Qualifikation. Da könnt ihr jetzt aber selber suchen, weil ich weiß nicht mehr genau, wie die geht. Ich bin gebildet wie eure Metastasen. Ja, wie gesagt, wie genau sie geht, weiß ich nicht mehr. Guckt selber. Und von einem anderen Künstler, dann fällt mir jetzt spontan eigentlich nur Jack von Crack ein mit der Line, ich bin interaktiv wie Baustellenweizen. Die fand ich cool. Gut gemacht, mein Freund. Welche Features sind auf deinem neuen Album, beziehungsweise gibt es überhaupt welche? Auf meinem Album sind einige Features sehr coole, sehr musikalische Leute. Freue ich mich auch sehr drauf, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber ich werde noch keine Infos bekannt geben. Die kommen mit der Zeit, die kennt mich. Ich mache es ein bisschen spannend. Aber ihr werdet geteasert werden, auf jeden Fall. Wie gehst du vor, wenn du deine Beats baust? Wenn ich meine Beats baue, gehe ich so vor, ich überlege erstmal, in welche Richtung ich gehen möchte. Deep, Dancehall, Trap, Afro-Trap, Hybrid-Trap etc. Dann baue ich die Drum-Patterns und überlege mir eine Melodie. Zumindest erstmal gucke ich, welches Instrument gefällt mir. Mit diesem Instrument baue ich dann die Melodie. Wenn es mir nicht gefällt, wird es gelöscht wie eigentlich 90% meiner Beats. Wenn ich jeden behalten hätte und jeden verkauft hätte davon, wäre ich wahrscheinlich schon Millionär. Auch wenn es nur ein Euro gewesen wäre pro Beat. Sad life. Was wären deine Traumfeatures? Meine Traumfeatures sind nach wie vor Neo Unleashed. Neo, falls du dieses Video zufällig sehen solltest, am 30.12.2019 kommt mein Album. Und mich würde es sehr freuen, wenn du ein Teil dieses Albums wärst. Und ihr könnt auch gerne, falls ihr das seht und Kontakt zu Neo habt, ihm gerne mal schreiben. Ich würde mich sehr auf ein Feature mit dir freuen. Also wenn du Bock hast, auf dem Album dabei zu sein, schreib mich einfach an. Ich denke mal, mein Instagram-Link ist in der Beschreibung. Würde mich sehr freuen. Wirklich sehr. Ansonsten Jacuzza, aber da brauchen wir glaube ich nicht weiterreden. Da wird kein Feature zustande kommen. Der ist eh zu ruhig geworden. Was hältst du von Autotune? Meine Meinung zu Autotune ist, Autotune ist ein sehr cooles Plug-in. Eine sehr große Hilfe. Falls man mal ein, zwei Töne verkackt hat. Und die gerade ziehen möchte. Wenn deine Stimme aber klingt wie Krebs. Einfach wie Scheiße. Und du die damit irgendwie hinbekommen möchtest. Finde ich es kacke. Grüße gehen raus an Mero. Cero Ferro Und so weiter. Wie teuer wird dein Album und wann wird es erhältlich sein? Wie teuer es sein wird, weiß ich noch nicht ganz genau. Das entscheide ich am Ende. Erhältlich ist es aber ab dem 30.12.2019. Ihr könnt mir gerne Videos an Silvester schicken, wie auf irgendwelchen Partys die Songs pumpt. Dafür ist es auch gedacht, das Release so ein bisschen. Und dass ich ein bisschen Zeit habe. Da ich alles selbst mache, dauert das ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr versteht das. Besteht Kontakt zu Reportagen Jack von Crack oder MyZap? Kontakt zu Reportagen Jack von Crack oder MyZap? Ne, überhaupt nicht. Tut mir leid. Kenne ich alle nicht, alle drei. Der Song mit MyZap ist entstanden. Ich habe seinen Part irgendwo auf einer Internetseite gefunden und runtergeladen. Ich kenne ihn nicht. Jack hat meine Beats daher, dass ich die einfach irgendwo free online stelle. Und Reportagen, gut. Wir schreiben hin und wieder. Aber die anderen beiden kenne ich nicht. Nie gehört. Wer ist das? Würdest du noch einmal an einem Battle-Turnier teilnehmen? Ich würde nicht noch einmal an einem Battle-Turnier teilnehmen. Ein Battle-Turnier teilnehmen, nein. Wie gesagt, ich möchte nicht in die Schiene gedrückt werden. Von daher ist dieses Thema für mich gegessen und vorbei. Vielleicht mit Maske irgendwann mal auch Spaß bei einem Kleinen, aber sonst nicht. Wie können die Zuschauer dich nach diesem Interview weiter supporten? Ihr könnt mich weiter supporten, indem ihr meine Songs anklickt, mich teilt, meine Songs teilt, abonniert, einen Daumen da lasst, Kommentare hinterlasst, auch gerne Kritik. Ich bin mittlerweile eigentlich sehr kritikfähig, wenn es konstruktiv ist. Wenn ihr einfach schreibt, du bist scheiße, dann geht gar nicht erst auf meinen Kanal. Das bringt mir auch nichts. Durch Kritik lernt man und ich glaube, meine Rezensionen zeigen mittlerweile schon ziemlich gut. Also das ist mein Support. Ich habe eine Like-Dislike-Rate von 98, 99% auf meinem Kanal und das ist das Beste für mich. Das ist euer Support und ihr müsst eigentlich nicht mehr machen als das, was ihr bisher tut. Ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwer meine Musik teilt, wenn ihr Fansachen macht, weiß ich nicht, Skateboards beleuchtete, Bilder von mir, Fanarts, liebe ich. Markiert mich gerne auf jedem Beitrag, wenn ihr sowas macht. Ich teile das alles. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir einiges davon zuschickt, weil so eine Sammlung wäre schon cool. Und vielen Dank, dass ihr es allgemein überhaupt auf euch nehmt, diese Zeit und das macht. Zum Abschluss möchte ich erstmal dir, Blubbi, danken für dieses Interview. Das ist tatsächlich das Erste in meinem Leben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Fragen hier zu lesen von der Community, die Fragen zu beantworten. Dann möchte ich noch der Community natürlich danken. Erstens für die jetzt erreichten 10.000 Abonnenten. Letztes Jahr waren wir noch bei 200 und ich habe mich da schon wie der King gefühlt. Und ich denke mal, das Gleiche werde ich in einem Jahr auch noch sagen, wenn ich zurück auf die 10.000 stelle. Schaue. Es war ein schöner Weg bisher und ich hoffe, es werden noch sehr, sehr viele Sprachfehler ist da. Es werden noch sehr viele schöne weitere Jahre. Auf jeden Fall werde ich immer alles geben. Ich werde versuchen, so weiter zu machen, wie ich es jetzt gerade mache. Ich möchte euch immer mit guter Musik unterhalten. Es freut mich, wenn ihr euch irgendwie in meiner Musik wiederfindet. Wenn meine Musik euch aufbaut. Und vielen Dank für die ganzen Kommentare, was sowas angeht. Es freut mich sehr, wenn meine Musik euch irgendwie hilft. Oder wenn ihr mich als Ansprechpartner nehmt in Bezug auf... Ich habe schon viele Fragen bekommen. Was soll ich da machen? Wie soll ich das machen? Es freut mich, dass ich für euch eine Bezugsperson geworden bin. Wirklich. Vielen Dank an meine Community. Ihr seid verdammt stark. Ich bin auch sehr stolz, euch zu haben. Und ich würde sagen, auch weitere sehr schöne Jahre mit euch. Ich hoffe, ich kann euch immer zufriedenstellen. Dankeschön nochmal an alle. Und das war das Interview. Haut da rein. Dankeschön.